So, weiter geht's mit Zelda und ich glaube, das wird der letzte Teil werden, den ich noch machen werde zu diesem Spiel, denn, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Fragmente sind. Ich hab überall gesucht, es war, es war sehr anstrengend, ich find's einfach nicht, ich hab noch zwei gefunden, aber der Rest, keine Ahnung, ich hab wirklich alles abgesucht, aber das wechselt anscheinend irgendwie immer. Ja, deswegen, ja, werd ich mir das wohl schenken. Wir werden jetzt erstmal die Herzteile holen, passend zum Valentinstag. Ähm, ich hab tatsächlich hier das Herzteil vergessen. Ich dachte, ich hätt's schon, aber, naja. Fünf Hühner in 45 Sekunden. Dann fangen wir mit dir an, du bist grad so schön in der Nähe. Ähm, hier oben müsste eigentlich noch eins sein, danke. Okay, komm, geh mal da hin, genau, du gehst auch. Ich weiß nicht. Geh mal da hin, genau. So, du auch. Und dann müsste hier hinten, glaub ich, noch eins sein, ja. Das ist jetzt grad nicht so schwer. Ähm, so. Zack, zack, zack. Und, das müssten alle sein. Fünf Stück wollte ich sie haben, oder? Hier wär noch eins, aber das ist sehr widerspenstig. Danke, hier zum Dank. Du hast 90 Flubine erhalten, yay. Ähm, nochmal. Höchstens müssen wir eins, na klar doch. Gut, dann fangen sechs Hühner diesmal. Okay. Fangen wir mit dir an. Eins. Oh, das ist jetzt aber doof. Lauf mal da rüber, danke. Ich hab erst drei Hühner ungefähr. Das ist nicht gut. So, du läufst auch da hin, genau. Ähm, das sind dann... Vier. Okay, hier ist noch eins. Das schmeiß ich einfach mal jetzt... Ach so, hier ist auch noch eins, gut. So, zwei. Drei. Vier. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Schaff ich nicht. Oh, ich bin hängen geblieben. Ja, super. Das ist... Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend, jetzt hier dies... Diese Quest hier noch zu machen. Dabei war das gar nicht so schlecht. So. Du gehst schon mal hier hin. Du gehst da hin. Ja. So. Du gehst auch da hin. Gut. Ähm... Du kommst... Ja, lauf mal da drüber. So. Du gehst auch da drüber. Dann war hier oben noch das... Ich hätte das eigentlich gerade schaffen müssen, oder? So. Nee, 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 nee. Komm mal hier hin. Ah, sieht doch schon besser aus. Puh. Gar nicht so einfach. Hä? So. Mein Glück sagt mir ja, weil ich sie noch brauche. 110 Zubine, ey. Was... Naja. Ähm, ja. Oh, da ist sieben Hühner. Ey, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut. So, gehen wir da drüber. Oh, es ist reingelaufen. Geil. So, da ist... Okay, das ist gut. Gut, 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 gut. Du gehst... Auch da hin. Genau. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nie im Leben. Ist hier noch irgendwo ein Huhn? Nö. War ja klar, dass hier keins ist. Nee, das schaffe ich nicht. So, wie ich das angefangen habe. Ja, keine Ahnung. Wir werden jetzt einfach die jetzt reinpacken. So. Moment mal hier. Komm mal mit. Eins fehlt mir, glaube ich. Das ist natürlich tragisch. Das ist, äh... Hey, ich hab's geschafft. Cool. Ich habe mich verzählt. Das war jetzt richtig gut. Gut, dann fangen zwei... Okay, das kenne ich noch. Das kenne ich noch. Das war tierisch anstrengend. Das war jetzt... Dann lauf mal hier hoch. Ah, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ähm... Ja, hier war ein Huhn. Jetzt muss das irgendwie klappen. Komm, Sibba. Danke. So, dann geh mal da, Sibba. Ja. So, lauf Huhn, lauf Huhn. Ja, genau, da drüber. Doch nicht so schwer. So. Ja, lief gut. Lief sehr, sehr gut. Ich habe sogar noch 15 Sekunden Zeit. Ja, super. Was mache ich jetzt in der Zeit? Ich schaue nach Weizenhühnern. Hm... Nö. Keine Hühner mehr in Sicht? Ah. Die Zeit ist abgelaufen. Dankeschön für das rote Glücksfragment. Ich freue mich sehr darüber. Ähm... Jetzt kommt das letzte Mal. Ich glaube, drei Hühner in... 55 Sekunden. Okay, das wird jetzt grifflich. So, wo ist das erste Huhn? Ich habe es vergessen. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ups. So, gehen wir da rüber. Danke. Ich glaube, hier war noch irgendwo eins. Ah, da war noch eins. Okay. Dann war hier oben vielleicht noch eins. Jetzt sagt bloß, da ganz hinten war noch eins. Das wäre natürlich nicht so toll. Nee. Ups. Wann, das ist der letzte Huhn. Ach, hier. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Das Huhn ist erst offen. Kann ich raus? Gut. Das klappt schon mal. Dann werden wir das nochmal versuchen. Okay, das eine Huhn war da hinten. Gut zu wissen. So, dann wollen wir mal hier rüber. Nee, so, genau. Okay, ich muss nur diesen Wurf schaffen. Gut, 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 gut. Ja, ja, ja. Das ist... Dieses Huhn ist sehr widerspenstig. Komm. So, dann hätten wir das Huhn... Wo ist denn jetzt das andere Huhn geblieben? War das hier unten? Hä, wo ist das Huhn hingesandt? Hä? Jetzt sagt bloß, es ist wieder da hinten. Nee, ich hab keine Ahnung. Es hat sich irgendwo versteckt. Ja, super. Kann ich wieder vergessen. Das macht so viel Spaß. Das macht so viel Spaß. So. Jetzt aber, komm. So, hier super. Ja, super. Das eine Huhn parkt schon da oben. So. Komm. Nein, 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 nein. Komm. Lauf nicht weg. Komm. So, das ist gut. Das könnte ich schaffen. So, du kommst auch noch hier sein. Jetzt muss ich nach oben. Nein! Nein! Tragisch. Wirklich tragisch. Das war wirklich sehr professionell, wie ich in das Hotel reingelaufen bin. Hätte niemand besser machen können. Mann, nein, nein, ey. So. So, das läuft doch jetzt ganz gut. Gut. Wo ist das Huhn hin? Wo ist das Huhn hin? Wo ist das verdammte Huhn hin? Da ist es. Ich kann es noch schaffen. Wenn ich nicht wieder da reinlaufe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dankeschön. Ach, war das anstrengend. Guck mal, das eine Huhn ist, wie das ausgelaufen. Ach, danke. Noch eins. Und ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Dafür müssen wir wieder zum Sumpf. Ich habe tatsächlich im Sumpf ein Herzteil vergessen. Ich glaube, da war keiner drauf gekommen von euch. Hat mir auch keiner geschrieben, dass ich da eins vergessen habe. Musste ich schon nachschauen. Ähm, dafür müssen wir hier entlang, hier. So, dann müssen wir weiter nach oben. Ja, das war auch knifflig. Also, das kann man leicht vergessen, muss ich sagen. Das war, das war kein nettes Herzteil. Da kann ich nicht drüberspringen. So, und zwar müssen wir uns hier klein machen. Dann müssen wir hier rüber. Ich denke immer noch, ich wäre unter Zeitdruck. So, das ist das Problem gerade. Das war nämlich gerade echt anstrengend mit den Hühnern. Ich hatte auch eigentlich vor, das zu schneiden. Aber dann habe ich mir gedacht, ach komm. Wenn ich das eh noch machen muss, dann kann ich das auch noch zeigen. Sonst wird dieser Teil eh nicht gefüllt. So, und ich muss einfach jetzt hier weiter. Ja, schaut, was man für einen Umweg gehen muss. Als kleiner Minish. Und ich habe mich noch gefragt, wie ich da hinkomme. Nämlich hier. Zack. Ich glaube, ich muss diesen Weg gehen. Ja, da ist noch eine Zude, die hole ich mir gleich auf dem Rückweg. Ähm. So. So, so. Und dann gehen wir hier rüber. Und dann machen wir das. Hallo. So. Alle Herzteile. Oh Mann, war das anstrengend. Und jetzt. Was machen wir jetzt? Eigentlich habe ich damit alles erledigt. Ähm. Wir könnten zum Grosoma nachschauen. Ne, ich werde noch die Tagmente vereinen, von denen ich noch weiß, dass ich da welche vereinen kann. Dann habe ich wenigstens etwas noch gemacht. Dann fehlen mir, glaube ich, am Ende noch vier. Aber die habe ich echt nicht gefunden. Ich habe überall nachgeschaut. So, erstmal müssen wir wieder Ksoos werden. Ist ja klar. So, muss ich hier entlang? Ja. Ich finde es immer noch unlogisch, dass man als kleiner Minish nicht durch den Sumpf laufen kann. Oder schwimmen. Zack. Würde irgendwie mehr Sinn machen. Na, egal. Und dass man auch die Gegenstände nicht benutzen kann, die man hat. Keine Ahnung. So, dann müssen wir hier entlang. Hier entlang. Ich glaube, wir sind schon da sogar. Ja, hier. Super. Jo. Tada. Ach ja, wie konnte ich das vergessen? Ich glaube, wir sind schon da. Hm, 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 hm. Yippie. So. Dann können wir noch... Wir können noch... Wie heißt das? Gebirge nochmal? Bei dieser Berg. Ich habe auch den Namen vergessen. Warte, wenn ich mich da importe, dann... Na, egal. Gehen wir hier entlang. Kongolberg, natürlich. Ach, hier ist noch so eine goldene. Nein, 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 nein. Ich dachte, ich hätte den Greifenmantel ausgerüstet. Ähm. So. Komm mal her. Das machen wir mal eben schnell. Ja, komm, gib's mir. Gib's mir sichtig. Komm, schau. Kämpf wie ein Mann. So. Klingen wie eine Subine, natürlich. Dann gehen wir hier runter. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich richtig gehe. Ähm. Doch, ich glaube, das ist richtig. Ja, hier ist es. Die, 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 die. Wir klein werden. Ja, wie konnte ich mich davon noch erinnern? Also. Hier war noch ein kleiner Minish, der tauschen wollte. Hallo. So. Dann. Dann, 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 dann. Oh, das ist in der Nähe. Okay, die zuhole ich mir auch noch. Didi. Ja, das passt doch wunderbar. Super. Ähm. Wow. Das war, äh, gekonnt wieder ein Übersaschungsbesuch von mir beim Waldmännisch, der am Gongolberg lebt. So, ups, ich wollte gar nicht gehen. Mal gucken, wie schnell das geht. Zack, 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 zack. Naja, dauert immer noch ein bisschen. So. Hier entlang. Und dann holen wir uns die Tour hier. Ich frage mich, ich hätte gerade bei der Hexe eigentlich, ich hätte bei der Hexe gerade einkaufen gehen sollen. Ähm. Wie komme ich denn nochmal zur Hexe? Hier. Aber soll ich das jetzt machen? Nee, ich gehe erstmal hier hin. Denn wir können in der Schule auch nochmal tauschen. Obwohl ich da tausendmal nachgefragt habe, aber... Ich denke immer, ich habe den Greifenmantel. Das nervt mich. So, ich werde jetzt nicht mehr fliegen. So, willst du tauschen? Nein. Deswegen nicht tauschen. Gehe ich nochmal rein. Willst du tauschen? Nein. Willst du jetzt tauschen? Ja, auf einmal will sie tauschen. Ist doch Bullshit. Ist doch echt Bullshit. Äbna. Was ist das? Tour. Goldes Monster. Eine Tour. Yay. So, und jetzt habe ich keine Ahnung mehr, mit wem ich noch tauschen kann. Keine Ahnung. I have no idea. Ja, die Tour holen wir jetzt auch noch. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Willst du tauschen? Nee. Schade eigentlich. Wow, ich muss ein bisschen diese Folge... in dieser Folge überziehen. Aber ist ja nicht so schlimm. So, und ich habe gerade noch gesagt, ich werde nicht mehr fliegen, aber ich wollte ja noch beim Goronen nachschauen, ob der vielleicht mein Spiegelschild fertig gebaut hat, gegessen hat. Nein. Ach, und jetzt darf ich nochmal. Ja. Ja, das macht schon Spaß. Ach, ich bin froh, dass das jetzt der letzte Teil ist, ehrlich gesagt. Denn diese Summsucherei war schon sehr schlässig. Du kommst mal hier hin. So, und... Und das verstehe ich auch nicht. Man kriegt den Spiegelschild erst dann, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Das ist doch dumm. Als ob man jetzt irgendwie damit voll... Ich weiß nicht. Man hat eh nichts mehr zu tun. Man hat es schon durchgespielt. Na ja, wenigstens sieht es gut aus, aber... Macht für mich keinen Sinn. Und jetzt wollen wir doch nochmal zur Hexe. Und wie kam ich da nochmal am besten hin? Ich glaube, ich muss einfach jetzt hier nach unten, bevor ich gleich wieder die Flöte spiele, werde ich schon mal tauschen. Ist klar, Junge. Nee, das ist nicht ganz richtig, wie ich hier gerade gehe. Hm. Nicht ganz richtig. Dann werden wir einfach mal hier entlang gehen. Und... Jetzt... Sind wir immer noch nicht ganz richtig. Doch, wir sind es richtig. Komm. So. Hm, Subi ist und du willst nicht ein Loser. Du willst nur besser, nur 150 pro Jahr kaufen. Dankeschön. Willst du vielleicht nochmal tauschen? Nee. Wäre viel zu schön gewesen. 20 Minuten schon. 20 Minuten schon. Das ist... Nicht gut. Und nur wegen diesen Hühnern. Nur wegen diesen Hühnern. So, hier können wir auch noch... Ach, hier war ich noch gar nicht. Wow, das sah cool aus. Ich hoffe, du hast auch ein Glücks-Satmen-F100. Ja, okay. Danke für den Einkauf. Vielleicht willst du noch tauschen? Ja. Wow, okay. Wie viele Filme jetzt noch? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, noch ein dollender Octosock. Wie süß. Ach, da wollte ich jetzt eh gleich hin. Das passt ja auch wieder ganz gut. Ähm, dann werden wir jetzt... Wow, das wird echt eine lange Folge. Egal. Zum Abschluss einmal eine ganz lange Folge. Ich hab auch keinen Bock zu schneiden. Jetzt nochmal zwei extra Folgen dafür. Muss es ja nicht unbedingt sein. Ähm, vielleicht willst du nochmal tauschen. Schaden, äh, gucken schadet ja nicht. Nee. Nee, nee. Dadadadada. Ähm. Hm? Nee. Ding, 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 ding. So, dann wollen wir... Zu diesem Männisch, die... Ja, was wollen die? Die wollen hier neuntiloseaner anpflanzen. Ah, seht ihr? Sieht doch alles gut aus. Juhu. Ja. Wir wollen neuntiloseaner... Ja, ich hab's. Hm. Genau. Wunderbar, danke. Jetzt heißt es wiederforschen und dann soll ich auf das Ergebnis. Okay. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Keine Ahnung. Ähm... Moment mal. Vielleicht... Wenn ich speicher... Ach, das Spiel kann man gar nicht beenden, oder was? Stand by? Spiel statt speicher? Nee, stand by. Okay. Nö, das bringt's ja nicht wirklich. Ähm... Ah, vielleicht blüht er ja schon. Nö. Ja, aber nö, das werd ich dann nicht mehr zeigen. Das dauert dann doch ein bisschen zu lange. Ähm... Dann werden wir jetzt noch schnell zu Tingle gehen. Und dem goldenen Octothlock. Und dann werd ich das glaube ich beenden. Ja. Es war ein... Es war ein gutes Projekt. Also es hat mir Spaß gemacht. Bis auf diese Suche sei am Ende, war es doch ziemlich cool. Aber nicht unbedingt... Eins meiner Lieblingsteile. Lieblingsteile. Nee. Dafür war es irgendwie... Ich weiß nicht, da fehlte irgendwie das gewisse Etwas. Schwer zu beschreiben. Ähm... So. Komm. Ding, 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 ding. So. Hallo. Wo bist du, goldener Octothlock? Hm, wo war der? War der nicht hier irgendwo? Hier oben. Hm? Hä? Ich dachte, der wär hier irgendwo. Habe ich mich... Hier? Nein. Hä? Ich bin wirklich... Hier etwa, oder was? Nee. Ich mein, das wär schon hier gewesen. Aber hier war's nicht. Hier? Hier? Da, oder was? Wie konnte ich mich denn jetzt so vertun? Du hast voll den Knick in der Optik gehabt. Okay. Dann wär erst mal dahin gehen. Ja, ja, ja. Die, 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 die. Stör mich nicht, bitte. Da ist er. Moblin, stör mich nicht. Ich... So. Ähm... Ja, zu tingeln. Jetzt gehen wir wirklich zu tingeln. Das... macht ja sonst keinen Sinn alles. Obwohl... Ich will kurz noch mal in der Stadt nachschauen. Ja, so viel Zeit muss jetzt sein. Ich möchte mich nur nicht so ganz trennen von diesem Projekt. Weil es mich wirklich nicht zufrieden macht, dass ich nicht alle Fragmente tauschen konnte. Das ist echt ärgerlich. So, komm. Du vielleicht? Ich weiß, wer... Okay, das ist jetzt nur eine vage Vermutung. Aber es wäre der Hammer, wenn das wirklich noch fehlen würde. Mir fehlen eh noch mehr als eins. Aber trotzdem, das wäre cool, wenn es... Wenn es stimmen würde. Die meine ich hier nicht. So. Wir gucken jetzt über noch mal als kleiner Minish nach. Du willst nicht tauschen. Jetzt vielleicht? Ne. Ich gucke noch einmal nach. Einmal mache ich es noch. Nein. Okay, definitiv nicht. Dann... werden wir... Das waren immer noch nicht die Leute, die ich fragen wollte. Da fehlt nämlich noch jemand Bestimmtes. Ah, hier kann ich auch noch mal nachschauen. Du? Nö. Schade. Da oben vielleicht? Die, 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 die. Ne, 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 ne. Oder? Ne. Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine nämlich, dass ich die schon mal gefragt habe. Hier vielleicht? Aber ich meine, da hätte ich auch schon getauscht. Nö. Vielleicht, wenn ich noch mal kurz gucke. Ne. Okay. Hm. Aber das war immer noch nicht die Person, die ich fragen wollte. Vor allem eine Person. Das ist ja schon... schon falsch, was ich eigentlich sage. Denn... Ich meine... Das Pferd von... Wie heißt die noch mal? Keine Ahnung. Kauf London Milch. Tja, schade. Es ist leider nicht so. Tja, schade. Tja, schade. Tja, schade. Wirklich, wirklich schade. Ich dachte, ich hätte es... Ich dachte, ich hätte es herausgefunden. So ein Mist aber auch. Schön, wie da Zeit verschwendet. Meine kostbare Zeit. So. So. Dann wollen wir... Dann wollen wir... Noch nicht zu Tingle. Ich will noch etwas nachschauen. Nein, du wolltest nicht tauschen. Du auch nicht. Du auch nicht. Und zwar wollte ich hier noch mal nachschauen. Aber hier ist überhaupt kein Minish irgendwie versteckt. Gut, dann werden wir jetzt zu Tingle gehen und wir schauen nach, wie viele Fragmente uns am Ende gefehlt haben. So schlimm das auch ist, aber... Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wo die letzten sein könnten. Ich könnte mir noch vorstellen, irgendwie bei der Long Long Farm vielleicht... Long Long. Long Long. Ähm... So. Das zweite Fab ist auch... Juhu. Ja. Juhu. Drei Glücksfragmente. Das ist wirklich bitter. Das ist wirklich bitter, aber damit beende ich jetzt das Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, das ist wirklich so bitter. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.